Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss mal erst einen Tässchen Kaffee schlafen. Machst du das auch morgens, wenn du aufstehst? Dann wird man immer besser wach, ne? So ein lecker Tässchen Kaffee. Und dann kann der Arbeitstag beginnen. Also wie gesagt, einen schönen Morgen und einen schönen Arbeitstag.